Flossen Hey Barry! Hallo Sting. Sting, sag mal, wo sind eigentlich unsere Möbel? Möbel Barry? Welche Möbel? Na die Möbel, die hier früher rumgestanden haben. Erinnerst du dich nicht? Hey Barry! Hallo Sting. Verdammt Barry, du hast recht. Früher war hier mal alles voll mit Möbeln. Was ist da nur passiert? Das frage ich dich. Moment, willst du mir etwa unterstellen, ich hätte unsere Einrichtung verkauft? Hast du? Die Schrankwand, das Sofa, die Stehlampe, alles verkauft? Hast du? Einfach alle unsere gemeinsamen Möbel auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft? Hast du? Nein! Warum sollte ich das tun, Barry? Das wäre absurd! Sting, du machst ständig was Absurdes. Denk nur an den Urlaub, den du mal für uns gebucht hast. Ich will ans Meer. Oder das eine Mal, als du auf diese völlig offensichtliche Spam-Mail reingefallen bist. Schnauze voll vom Aquarium, dann schlag mit dem Stein an die Markierung. Ein Freund. Oder das andere Mal, als du auf den geschenkten Schmuck reingefallen bist. Woher hast du das? Das hing an diesem Stein. Löst auf einen neuen Look, dann setze dir dieses Piercing ein. Ein Freund. Ein Freund. Wenn ich so drüber nachdenke, ich könnte mich aufregen. So absurd sind die Dinge, die du manchmal tust. Barry, beruhige dich. Du bist ja fast so aufgebracht, wie das eine Mal, als ich angefangen habe, Heimorgel zu spielen. Stimmt. Ich war damals wirklich sehr aufgebracht. Schlafen konnte ich lange Zeit nur noch mithilfe von moderner Naturheilkunde. Also jetzt mal im Ernst, Sting. Hast du unsere Möbel im Internet verkauft oder nicht? Du glaubst mir nicht? Du glaubst mir nicht! Sting. Mein bester Freund glaubt mir nicht! Sting, hör auf, Tränen zu vergießen. Denk an das eine Mal, als wir im Kino waren. Hey, dein gelber Kumpel soll aufhören zu heulen. Das hier ist ein Süßwasser-Aquarium. Okay, ich geb's zu. Ich hab alle Möbel auf Ebay Kleinanzeigen verkauft. Das ist die größte Dummheit, die du jemals begangen hast. Abgesehen von der Sache mit dem angebundenen Außenborder. Es tut mir leid, Barry. Ja, ich habe unsere Möbel verkauft, aber es war für einen guten Zweck. Was für ein guter Zweck? Ich habe von dem Geld etwas bezahlt, was du dir schon sehr lange wünschst, Barry. Eine Urlaubsreise. Urlaub. Am Meer. Was? Wirklich? Urlaub am Meer? Sting, du bist der Beste. Das wünsch ich mir doch schon so lange. Ich weiß. Ich freue mich. Das sehe ich. Wann geht's los? Jetzt. Sting, wie kommst du auf diesen Urlaubsort? Durch einen Freund. Die Schnauze voll vom Aquarium? Hier kommt mein Reisetipp für einen Urlaub am Meer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020